Erst was fressen, dann die Moral. Ich habe eine super Möglichkeit für dich, deshalb bleib bitte bis zum Schluss dran. Und ja, wie soll ich? Achso, sorry, wegen der Audio. Mein neues Mikro, das kommt erst nächste Woche und es lag auch manchmal, aber das liegt an meinem Aufnahmeprogramm. Oh, diese Blumen sind auch richtige Hornsöhne. Servus, Freunde da draußen, hier ist der richtige Set für euch am Start. Bitte diese kleine Satire nur als Spaß verstehen, war lustig gemeint. Auf diese Klischees von zumeist jungen Let's Playern wird ja gerne ganz selbstgerecht drauf rumgehackt. Ja, der denkt sich jetzt mit einer Kinderstimme, ein Discounter-Headset und Paint Thumbnails und Minecraft-Videos könnte ja stinkend reich werden. Muss ich euch ja nichts erzählen, jeder der auf YouTube irgendwie unterwegs ist, weiß genau wovon ich rede. Wer mich allerdings kennt, weiß, dass ich solche Überheblichkeiten eigentlich nicht leiden kann. Denn hey, seine Freizeit zu nutzen, um sich irgendwie kreativ auszuleben, etwas zu gestalten, ja, etwas zu schaffen und zu produzieren, ist doch eigentlich was sehr liebenswertes. Denn eine ganze Generation wächst mit dem Internet auf und hier hat man einfach so viele Möglichkeiten, sich mit der Welt zu teilen. Meines wird immer gesagt, die Jugend ist so teilnahmslos. Also würde ich gerne, dass wir den Beweis schaffen, dass dem einfach nicht so ist. Meine ersten Let's Plays sind mir auch mega peinlich. Aber an sich zu arbeiten und ja, ständig zu verbessern, wenn man ein Ziel verfolgt, ist doch das, wozu man eigentlich Leute motivieren sollte. Und ganz genau das hier ist das Stichwort. Ich möchte gerne dir eine Plattform geben, egal ob du auf YouTube unterwegs bist, egal was du machst, ob du Let's Plays machst oder Kunst oder Sport, ob du einen Blog hast, Gedichte und Geschichten schreibst, ob du Animes malst oder sonst irgendwas zeichnest und du hast vielleicht eine Internetseite, dann baller den Link unten in die Kommentare unter diesem Video. Schreib dazu, was du machst, wie du dazu gekommen bist und vor allem, was dich motiviert, weiterhin am Ball zu bleiben. Ich bin mega gespannt. Nutzt die Kommentarfunktion in diesem Video und macht Werbung für euch. Ich habe jetzt zwar auch nicht die Bombenreichweite, aber das ist ja immer relativ und vielleicht ist für den einen oder anderen doch der ein oder andere Zuschauer mehr dabei. Wenn ihr darüber hinaus noch Bock habt auf ein paar Guides und Tutorials zum Thema SEO, Search Engine Optimization, also wie ihr eure Titel, Tags und Beschreibungen gestalten könnt, oder einfach generelle Tipps zu YouTube, die ist das, dann lasst es mich ebenfalls in den Kommentaren wissen. Also nutzt bitte nur dieses Video jetzt nicht auf meinem ganzen Kanal-Spam, auf dem ihr euch natürlich sehr gern umschauen könnt. Ich mache relativ lustige Indie-Horror-Let's Plays, also ist vielleicht für den einen oder anderen was dabei. Ansonsten, wenn ihr diesen Daumen seht und dieser Daumen euch gefällt, dann guckt mal unter dieses Video, da ist noch einer und wenn ihr dort draufklickt, dann passiert vielleicht was ganz Außergewöhnliches. Okay, Freunde, und dann freue ich mich ganz stark auf eure Kommentare und ja, wir lesen uns und ich freue mich darauf zu sehen, was ihr so macht. Bis dann, Freunde, haut rein und ciao!